Dominik, ich hab dich da eingebracht, wo wir uns zum ersten Mal getroffen haben. Und ich hab ne Überraschung für dich. Dom! Jetzt hör ich zu. Domenik! Domenik! Hör auf, meinen neuen Freunden wehzutun! Nein, ich möchte nur dir wehtun. Oh, ich will dich nicht anlügen. Dieser kleine Autostein von eben, der war ziemlich abgefahren. Nicht wahr? Der war so cool! Aber wenn du nicht aufhörst, dann schlitze ich sie. Ganz schlimm auf. Überall. Da ist sie! Wie immer etwas zu spät. Hast mich erwischt. Weg mit dir. Familie. Gehst du bitte von meinem Auto runter? Das ist so respektlos. Du redest zu viel. Stopp, stopp! Du weißt gar nicht, wie stark du bist. Du Arschloch! Hey! Magst du Ballett? Ich liebe Schwansee. Könntest du mir vorstellen, du bist eher der Nussknacker-Typ. Und eins, und zwei, und... Nein! Warte gleich! Oh nein, sie ist in Gefahr! Was wirst du tun? Weißt du, was dein Problem ist? Die Familie. Du kannst sie nicht alle retten. Fünf. Vier. Da, 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 da. Ja, nur zu. Zwei. Du magst kein Ballett. Das spüre ich. Kann ich bitte das Auge Gottes haben? Leck mich. Nein. Bitte, bitte. Oh, da ist es hier. Hörtlich. Guter Tausch. Behalte das Auto. Oh, Domi! Ich hab's noch gesagt. Du schuldest mir Leid. Dein Vermächtnis sind weder Macht noch Geld noch die Familie oder das Leben, das du geführt hast, sondern das Leben, das du erschaffen hast. Ein Vater und sein Sohn ist einfach alles. Du hast meinen Vater auf dieser Brücke getötet. Und jetzt weiß ich, wo ich deinen Sohn finde. Wasch am Tee. Hi. Wir müssen etwas besprechen. Der einzige Grund, wie so ein Toter vor meiner Tür steht, ist Drache. Du bist besser totgeblieben. Ich komm rein, ich komm rein. Ich wiederhole mich nur ungern. Du hast meinen Snack geschreddert. Beruhige dich. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Dann ist das hier schnell zu Ende. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Kommt da noch mehr, um mich umzubringen? Mich wollten sie auch töten. Sieht aus, als hätten wir noch mehr Gesellschaft. Weißt du noch, wie man fährt? Was denkst du denn? Kein Moment noch. Keine Bewegung! Lecker fein lassen! Leute, ich kann bremst! Jetzt ist ein Dickwitz. Alles okay? Also das hier alles verstehe ich, ja. Aber was zum Teufel war das? Du hattest schist. Ja, niemand schist, Mann. Doch, doch. Er hattest schist. Er hattest schist. Er hattest schist. Ich vermute dich. Er hattest schist. Er hattest schist. Das ist hier. Deinein Berge. Er hattest schist. Wir müssen den Zünder stören und zwar sofort. Mach ich schon, mach ich schon. Letty, verliere ihn nicht. Ich könnte einen Standort anpeilen und Mobilfunkstörung über dein Handy übertragen. Das müsste seinen Zünder stören und uns ein bisschen Zeit verschaffen. Letty! Es wird knifflig, Leute. Sieht aus, als würde er mich langsam abhängen. Ramsay, wie tief ist der Fluss? Der Tiber? Äh, 18 Meter. Das Wasser könnte die Explosion ersticken oder ihre Kraft um etwa das Zehnfache abmildern.